So, greetings! Beinand, Toni ist wieder da. Ja, das war eine ziemlich schwache Vorstellung, Part 3. Aber... Ich werde jetzt einmal die heile Bade da nehmen. Und special move. Denn... Weil mit dem Drachenschwert das ist wie einfach nichts. Also schlechter kann es eigentlich nicht mehr laufen. Es ist eigentlich schon immer lustig, wenn ich aufzeichne. Dann ist der Worst Case da. Ja... Mein Profis gibt's nur... Ja... Sie muss öffentlichen... Öffentlich zum Aufmachen gibt's jetzt eigentlich nicht so viel wie mich. Haha... So, quillack! Bitch, geh her, du jetzt! Ich muss nicht mehr ausernutzen, aber... Du wirst im Kieferial, du wirst! ... ... ... ... ... ... Dumping attack Oh fuck, it's whoever I click caught, but it's bulky Yeah, it's great, I can't get through it 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 I can't Was? Das wird wohl gleicherlich. Vielen Dank. Ich stürme an wie der erste Mensch. Ich weiß schon warum, weil man sonst dabei die wilde Mildred mitnehmen hat. Das ist eine ziemliche Erleichterung, dass das will ich nicht mehr. Das ist eine ziemliche Erleichterung. Das ist eine ziemliche Erleichterung. Jetzt müssen wir wieder einziehen. Kamera! Bitte! Ich sehe gar nichts. Das ist eine ziemliche Erleichterung. Das ist eine ziemliche Erleichterung. Das ist eine ziemliche Erleichterung. Ja, das ist ein Eppelots. Das war's für heute. 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 Und ich weiß jetzt auch nicht, was ich mit meiner Kohle mache. Ob ich jetzt noch. Ob ich jetzt noch eine Pyroflamme aufwärt. Oder ob ich aufsteige. Oder ob ich mir das Artorias war. Im Kaffee 20.000. Das war's für heute. Schwierig, wenn du sparen musst. Ja. Auf alle Fälle sichert er mir jetzt von hier ab, von vom Bumparer doch. Das Spinnenschild ist das einzige Schild von den ganzen Schilden, die wurden Giftpfeile blocken können, von den Giftpfeil-Spuckern, die wurden. Ich bin nämlich jetzt die Feuerhütte Silene holen, und die wird ziemlich gut bewacht, von den Otterhausen dahinter. Nichts. 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 Oh, oh. Let's fool it away. Okay. und nicht schlecht. Eigentlich Koi Affian. Weil na, nicht. Ich bin Baseball. Auf jeden Fall. Ich bin Baseball. Ich bin Baseball-Babend. Ich bin Baseball-Babend. Ich bin Baseball-Babend. Das war's für heute. 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 Ah, ich kenne schon. Ah, ich losse mal. Da unten wird auch noch ein Feuerhütter Seele. Schauen wir mal was auszukämpfen. Der Wanderfluch der ist zwingend notwendig, sonst macht mir noch keinen Schaden bei denen, aber ich glaub das war es eigentlich eh, oder? Geh weiter he! Das regt mich auch wenn sie treffen und ich nicht he! So, da reinfallen, das wär ganz gesund! Jetzt hauen wir aber wieder ab! Da hat zwar was geiles untert, aber ich muss noch ein wenig stärker auf der Brust sein. Da ist nämlich der Kompositbogen und der was saugeil ist. Und die riesen Blut, Waffen auf plus 50, das hätte ich schon gern, aber das muss leider gut ist nur mein Waffen. Ich glaub ich kann mir das Arturo swapen. Das war genau! Ciao. Also der Estus Flakon auf plus 3, das ist eh schon gut. Wir haben ja eh nicht so viel HP oder TP leisten. Also 3 ist eh schon ziemlich ausreichend. So. Jetzt werden wir noch mit Pimpen. Nelwa. Und zwar... Kaffee mal den mal und das Kaffee mal auch. 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 Nur nicht, das brauche ich zwar auch. Das kaffee mal später. Nö. 7000. Kostet jetzt schon. auch die hoher passieren so mit ihr redet man nicht wenn man mit der nämlich reden da gibt es nämlich zwei vertreten ist der fremd und die andere was in der körper wenn jetzt mit der red und auch die andere weil die vor vier könige nimmer auf die wo man brauchen für 4 deswegen rette mit er dann nicht die braucht man nicht reden wer lustig ist komitieren das ist also das muss man alles so jetzt gebe ich noch mal beziehungsweise jetzt grafen oder des arthuria swarm und dann mache ich einen cut halt sitzen wichtig gegenstände 2000 ich glaube die gibt 3000 oder 5000 so jetzt brauche ich noch mal jetzt die 20 kaufen wir jetzt dieses arthurias wappen so man muss man break weg na, lass mich vorbei im nächsten Part gehts ab in die Sands Festo da holen wir dann eine von meinen Lieblingswaffen und die pimpen wir dann so weit wie es geht und dann, pfff und dann seh ich schon was ich mache entweder vielleicht mache ich Siv oder ein Schmetterling oder ein Eisengolem naja, seh ich schon also wie gesagt haut es ein meiner habe ich Ehre